Regeln des runden Tisches Bei einem bunten Tisch gibt es keine mehr oder weniger wichtigen Personen. Alle sind gleich und sehr wichtig. Es wird nicht kritisiert und nicht gestritten, sondern nur hinzugefügt. Die Antwort hängt nicht vom Wissensstand oder der Fähigkeit zu reden, sondern nur von der Verbindung ab. Untertitelung des ZDF, 2020